Moin und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute habe ich für euch aus dem Aldi die Tristan, eine Multi-Effekt-Batterie mit 20 mm Kaliber für 4,99 € wie gesagt aus dem Aldi. Wir haben hier 19 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer, 35 m Effekthöhe und eine Gesamt-NAM von 133 Gramm. Ja, aus dem Aldi und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, Neuheit im Aldi Nord. Die Tristan gab es ja schon im Süden. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, hier kommt eine Rakete. Ich würde sagen, ich mache immer ganz kurz die Linse sauber, denn es ist ja leider hier im Regen in Hamburg. So, stellen sie trotzdem schon mal rein. Ich mache immer kurz das Linzchen sauber. Sieht hier auch schon gut aus. So, einmal hier, zack, rum. Ab zur Tristan. Let's go. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Richtig schöne Batterie, Leute. Kaufempfehlung geht raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.